Willkommen zurück, meine Liegenfreunde, zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Affentheater 64. Ich bin Duel Defer und wir waren hier in Dingens, in der Wasserwelt der Wässrigkeit. Und ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher bzw. bewusst, was wir machen sollen. Aber ich schätze, das werden wir ja rausfinden irgendwann in nächster Zeit. Warte, die Teile, die konnte man nicht besiegen, deswegen... Einfach dran vorbeilaufen. Ah, und wir wollten, glaube ich, in diese andere... Na, Dingsi-Höhle. Jo, hierhin. Wo El Pirator Chifos war. Und da waren wir noch nicht drauf, glaube ich, oder? Ja, da hat der Dervo ja mal wieder mitgedacht. Und da werden wir jetzt unser super duper Jetpack-Dingens benutzen. Und uns da nach oben schwingen und ein paar... Wasser, Ratten, Kier, Höhlen, Dingens, was weiß ich. Crazy Piraterie auszugeben. Ach, willst du mal, da. Das wird es gerade auch nicht ins Wasser. Okay. Dir die Scheiter... Ich sagte dir die Scheiter. Oh, wo ist die denn jetzt hingeballert? Da oben. Hm, die kriege ich da wieder nicht. Oh, Banana. Gibt es für den Zeit-Limit? Die Kamera ist schon wieder. Kamera. Also ich... Ach, ich... Wartet mal einen Moment. Ich muss was nachsehen gehen. Okay. Gut, es hatte ja anscheinend, dass ich mir... Ich weiß nicht mehr, was ich gespielt habe. Ich glaube, es war Superman 64. Und dafür hatte ich mir meine... Joystick... Äh, wie heißt's? Empfindlichkeit extrem nach unten gedreht. Yeah, zwei Bananen. Damit hätte ich schon... Mehr als... Die ganzen anderen Vollhof-Sieger. So, was gibt's noch zu tun? Hier unten vielleicht noch irgendwas? Schwimm. Schwimm. Schwimm, kleiner Affe. Schwimm. Schwimm. Schwimm, kleiner Affe. Schwimm, schneller. Okay, hier gibt's... Nichts. Oder? Ja. Für Diddy Kong... Scheint dieses... Ding... So. Dieses... Dieser Bereich... Ja, haben wir in dieser Bereich... Gereinigt zu sein. Aha... Gehen wir in den anderen. Hm, das fühlt sich immer noch relativ träge an. Gut, vielleicht bin ich hier einfach nur andere Steuerung gewohnt. Oder... Was weiß ich. Und meine Zielknöpfe sind, glaube ich, invertiert. Das kommt mir nur so vor. Beziehungsweise spiele ich immer mit anders. Und... Ja, wenn ich nach links drücke, dreht sich die Kamera auch nach links. Und... Das ist halt nicht so, wie man es gewohnt ist. Und so. Naja, okay. Gucken wir mal. Was gibt's hier ein schönes? Ah, Wasser und nichts und noch mehr Wasser. Mhm. Finde ich schon mal sehr cool. Äh, beziehungsweise uncool. Was haben wir hier? Puffy-Fisch-Dings. Äh, dreh dich Kamera, dreh dich. Was ist das? Ich würde gerne wissen, was das da ist. Ah, das ist ein Tiny-Fast-Dings. Okay. Nicht für uns. Dann würde ich sagen. Äh, das war auch das einzige, was hier an der Ecke gab, oder? Ne, da geht's noch hoch. Äh, ja, schauen wir mal nach da oben. Dann. Mal gucken. Kaktus. Riesiger Kaktus. Komm her und beglücke uns. Oder so. Ah, hier scheinen wir richtig zu sein. Äh. Ne. Wow. Awesome. Ah, da ist Funky's Zeugs. Da können wir, glaube ich, volle Kanne konkret aufladen. Bisschen Ammo aufstocken und, yeah, Spaß haben. Dann können wir wieder voll viel Zeug verballern. Bad News, Diddy Dingens. Lookin' low, Diddy Dude. Let me max out your ammo. Oh, ja, ha, ha, ha. Ansonsten gibt's nichts. Schade. Woohoo. Hier noch irgendwas drauf. Kamera, dreh dich doch mal einfach schneller. Ha. Hab ich doch schon mal gesagt, dass sich dich niemand liebt, Kamera. Hm. Du bist wie, ich weiß nicht wie wär. Mhm. Ich nehme an, wir müssen ja irgendwie das Wasser senken. Bläh. Bleh. Woohoo. Na, los, zeige dich. Ne, das ist ja. Grüne und... Na. Na. Ah, schwebt doch nicht über meinen Kopf, dämliches Ding. Ja, 30 Bananos. Puro Mochos. Ne, Machos. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Mich. Okay, das merken wir uns dann auch nochmal mit Chunky. Ja, Chunky war's. Sammeln wir hier noch ein paar Münster ein, die sowieso keinen Schwein brauchen. Ui. Perfekt. Und jetzt können wir zurück nach da hinten und weiter erforschen, was es da für Orsen Dinge gibt, die einfach nur Orsen sind. Zeug am Boden. Nochmal Zeug am Boden. Ah, ein böser Seestern. Und hier unten gibt es ein Loch. Doch nicht ein Gitter. Naja, fast genauso gut wie ein Loch. Und Bananen. Bananen sind das, was Monkeys am Leben hält. Ah, lalalala. Ist ja noch irgendwas zu fähigemal. Außer Bananen. Da nicht. Ah, da oben vielleicht. Puh. Was ist alles so? Also ich hoffe mir, dass da noch irgendwas ist, weil... Ansonsten habe ich keinen Plan, wo wir mit Didi ja noch hin müssen. Wer bist du denn? Was hat er ja gerade gesagt? Ist das da? Ne, da ist kein Scheiter da. Oh, okay. Hey, da ist Dingskirchens. Besuchen wir sie auch mal. Ihre fetten, funky Hütte. Und ab dafür. Oh, it's your lucky day, Didi. For just five coins, I can now upgrade your instrument. I'm sure you won't be disappointed. I'm sure you won't be disappointed. How about it? Ach, du warst ja auch mal heißer. Ach, du warst ja auch mal heißer. Hm. Hm. So, wo jetzt hin? Hm. 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 Und jetzt hier in den Loch waren wir noch nicht. Hm. 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 Auf ins Löchlein. Hey, und es scheint, jetzt müssen wir hier rein mit Didi. Awesome. Hm. Hm. Die einen Bananen lasse ich jetzt erstmal da und es scheint mir so, als müssten wir ... 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 Ja, okay, wo können wir denn noch hin? Hier hinter geht's noch. Na, da ist auch noch was. Und da haben wir ... ... ... ... ... Krasser Scheiß. Und natürlich so eine obligatorische Boss-Tür. Die darf natürlich nirgendwo fehlen. Irgendwo, wo es bedrohlich aussehen soll. Einfach eine Boss-Tür hinpflanzen. Dann passt das. War ja sonst noch irgendwas von Bedeutung. Beide verschlossen. Warte mal, da unten noch Bananen. Das war noch Kiste. Okay, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt den... Charakter. Und wir wählen hier jetzt, glaube ich, auch wieder... Lanky Kong. Und mit dem werden wir... Ich sagte, mit dem werden wir... Nein, ich wollte nicht das. Oh, danke. Naja, egal. Ich glaube, mit dem müssen wir durch diesen Ring springen. So halt, Fisch-mäßig eben. Weeeeee. Wenn ich ihn denn treffen würde. Awesome, Fisch-Power. Go. Nöööö. Nöööö. Lass mich halten, das muss ich noch dreimal machen. Nöööö. Ich nehme das jetzt einfach mal als Ja. Ui. 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 Gucken und... Na, kriege ich jetzt irgendwas? Na, endlich. Aber Kadabra, Sesam, öffne dich. Krieg Mr. Bananenkopf hier jetzt auch noch irgendwas? Oder war's das? Einfach eine Tür geht auf, oder? Pff. Humbug. Okay, hier ist eine große Kiste. Wow. Uuuh. Ne, hier muss ich mit Lanky hin. Hier muss ich mit Didi hin. Naja, dann würde ich sagen, lassen wir diese Hülle hier für später. Und schauen uns erst mal auf dem Boden des Dingens um. Wow. Weiter gibt es sicherlich noch Truhen. Ja, genau diese. Komm her zu mir, meine Truhe. Komm her zu mir. Ach, einmal Zeugs und... Noch mehr Zeugs. Gibt's ja noch gutes Zeug. Was ist was da drin? Gras. Toll. Vielen Dank, Spiel. Mh. Ist wirklich nirgendwo irgendwas Gutes drin? Das kann doch nicht angehen. Alle Kisten nur Müll. Warte, hier unten. Ob wir jetzt irgendwas mit diesem kleinen... See-Dings-Rodden-Teil anfangen können. Ah, only the good monkey who released me gets his and my loot. Warte, wer war denn das? Habe ich das mit Donkey gemacht? Ah. Alles so kompliziert. Kann ich das denn hier aufsprengen? Ne, anscheinend nicht. Du hast versagt, Fisch. Versagt. Und zwar nicht so. Easy. Ah, wo waren wir denn noch nicht? Hier hinten. Ist hier irgendwas? Nö. Ach, Fisch. Wofür bist du eigentlich gut? Nur um durch diesen Dämmchenring zu springen? Oh. Unglaublich. Mir fällt auf, ins Film glaub ich auch noch diese ganzen Crushers, oder? Hm, ja, ganz genau die. Gucken. Komm ich hier irgendwo in irgendwas rein? Nein. Naja, okay. Dann werden wir das erstmal lassen. Und uns hier weiter als Affending fortbewegen. Ähm. What? Hat er noch so ein Stern? Ne, hab ich mir jetzt gerade eingebildet, oder? Ja. Ja. Boah. Ist ja gruselig. Was einem die Fantasie manchmal für gar sieige Bilder ins Gehirn erstellt. Hm. Aber wie ich schon gesagt habe, ich will ja eigentlich nichts gegen das Spiel sagen, aber... Mit der Zeit wird es hier langsam relativ... Äh, verwirrend und... Ne, aber wie war das? Hui. Ne, ich muss hier erhalten. Und jetzt kann ich hier nach oben schweben. Uah. Uah, awesome. Awesome. Motta. Uuh. Nein. Das ist etwa alles, was du kannst, nämlich das Erste Ding. Für drei Sekunden irgendwo rumschweben. No, das ist doch... Steuerung. Warum machst du mir das Leben so schwer? Beziehungsweise Steuerung und Kamera. Ha. Uuh. Aber theoretisch können nicht die anderen doch alle hochspringen, oder? Na, hier ist es mal nach oben. Uuh, blablabu. Okay, jetzt reagiert das Game schon von ganz alleine, oder? Das... Game. Uuh. Oh, das kann doch nicht... Ach. Item. Sie ist das Game hier in allen Ehren, aber... Ernsthaft. Uuh. Blablabu. Tö. Tö-tö-tö-tö-tö-tö. Tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö. Na, halten. Kamera, dreh dich nach da. Ha. Wie nervig kann sowas hier bitte sein, ja. Oh, wie toll. Ein Minispiel. Und los geht's. Minispiel. Welches ist es? Search, Flight, Seek. Was muss ich machen? Find and shoot all the claptraps. Press A to fire a melon. Oh, der ähmlich ist Ding. Lass mich verarschen. Ne. Hör auf dich zu wehren, der ähmlich ist Ding. Na. Eigentlich finde ich diese Minispiel ja manchmal relativ lustig sogar. Oh, es ist doch schon etwas fragwürdig, ob man denn mit Melonen auf kleine Krokodile schießen sollte. Und, naja. Los, Banana. Yeah. Damit hat er auch zwei. Und wer hat noch null Bananen? Wer hat noch null? Ja, der Sound kommt etwas spät. Aber okay. Spiel meinetwegen. Ach, überall nur. Nein, du darfst dich runterfallen lassen. Und da ist der gelbe Crusher. Wie kommt man da hoch mit Decay? Ah, ich kann's bedenken. Wenn es hier auch so eine Wasserspielerei wird, wie in... Schieß mich tot. Super Mario 64. Oder? Ja. Du setzt untertauchen. Unter. Unten? Weißt du, wo unten ist? Meister R, ganz genau. So, dann packen wir ihn hier nochmal aus. Damit er... Hier den... Wie? Wuhu. Hm. Was ist denn jetzt für seinen Ballon hin? Go Ballon. Go. Ah. Toll. Ich kann ihn von hier aus gar nicht treffen. Das ist so super mitgedacht, Entwickler. So super. Yeah, 72 Bananen. Ja, 72 Bananen. Ich habe 72 Bananen. Na, alter, was... Was so... So, habt ihr das gesehen? Ich habe keine Ahnung, warum er da jetzt nicht hochgekommen ist, aber... Wow. Und auch hier ein super Minigame. Los.